Moins in Pamorellos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, wir spielen Sparrow und zwar spielen wir Sparrow einfach ganz normal mit meinem Deck. Kein Final Gaming Deck, also kein Quick Hunter Version 3. So, so warte mal, ich wollte den Wartier da hinten setzen. Wen habe ich denn jetzt bei mir? Scribmon, was spielt? Golden Boy spielt Rampage. Ich wurde, ich wurde, ich wurde. So, einmal kurz Backporten. Ich fange jetzt einfach mal an mit so einer windschnittigen Klinge. Mach das mal, ohne Heiltrank. Was hat ein Golden Boy dabei? Was hat, ne, wie heißt der Scribmon dabei? What? Heiltrank, Mana, Trank. Spielt ihr mit dem Standard Deck oder was? Okay, mal gucken. Alter, cooler Move. Cooler Move. Auf einmal hin, der ist schon wieder durchgelaufen. Nein. Ja, aber das, das stirbt dann immer so schnell. So, wir haben Aurora hier. Wer hätte das gedacht? So, lass dich anschießen. Oh, macht denn der keinen Druck? Alter, ist klar. Ja, der Kastner hat bekommen. Ich bin da am Tower gestanden, ey. Na, am Tower gebaut. Alliant Tower ist unter Attack. Dein Mana mehr, ey. Ich würde auch gerne mal meine E. Also, die spielen schon ziemlich gut hier, auf jeden Fall. Den Tower werde ich wirklich nicht lange halten können. Okay. Die, wie dieb sie einfach geht. Was ist denn mit ihr los, ey? Aber Saba könnte man ein bisschen mit draufschlagen, hier. Ich denke mal, ich denke mal, das ist Saba. Warum auch immer. Okay, er portet mal kurz back. Oh, jetzt habe ich kassiert. Oh, die Quiseltante kommt wieder hin. Ich würde gleich in den Eisring kommen. Wer kommt denn, kommt Faye oder was? Wir haben kein Wort. Yo, Jungler. Hallo, hallo. Golden, bitte move. Ich habe es auch gepinkt. Ping nochmal. Na, er kommt auf jeden Fall. Aber... Zu spät. Ja, komm, den kriegt ihr. Wer ist das? Fuck, ich habe kein Mana für einen Jump. Ich komme nicht hin. Ich komme nicht in den Ranch. Nein. Scheiße. Oh, 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 oh. Was ist los? Alter, lass mich... Faye ist... Ne, das ist unser Faye. Achso. Faye ist... Faye ist... Faye ist... Alter. Warum ist denn der nicht zu mir gelaufen, ey? Ich verstehe es nicht, ey. Der ist irgendwo da in die Wallerei gejumpt. Da kommt noch Severok. Was will der von mir? Wo ist Severok? Weiß ich, wo er ist. Da schießt das Minion auch? Alle zwei Minuten mal, hä? Schön. Nice, nice. Blackbuff, Blackbuff, Blackbuff. Da springt sie raus. Hm, okay, er hat noch ein Wort dafür. Wieso Rückzug, wieso Rückzug? Ah, ja, okay. Gegen mir. Okay, ich wollte nur Damage machen. Der hat doch gar keine Leben mehr, der... Der hätte mir so killen können. Da, ja, okay. Vorsicht, Modox. Du kannst zu aimen, oder so. Nicht, nicht vor uns. Wir sind fast Full-Live. Okay. Wann er niedrig? Was geht bei dir? Ja, ein bisschen Falten. Schön. Good job, ich muss aber weg. Nice. River Buffs. Äh, da kann grad kein Pfeil raus, alter, what the fuck. Was gibt's, ich hab keinen Mana mehr für den Pfeil. Schade, schade. Da kommt Gideon, Level 4, 2, 5. Move. Ich hab auch keine Ulti mehr. Der Gegner ist getarnt. Jo. Da ist er. Fuck, er kommt vorbei. Wobei laufen. Nein. Was machst du denn da? Der will nur noch einen Komet schmeißen. Ja, der geht ziemlich tief. Richtiger Depp. Wie kann man so greedy sein, alter, ist es schlimmer als ich? Ja, what the fuck. Okay, ich muss mal kurz back. Kannst du mal hier auf der Lame bleiben kurz? Äh, ja klar. Äh, ich kann mir noch die zweite Wind-Schnittige voll machen. Okay, ich bin on my way. Kannst weggehen. Steal ist gleich da. Ah, zwei Millions hab ich mir mitgenommen. Oh. Verfolg dich, glaub ich. Oh, wie ärgerlich, ey. Hätte ich Mana für den Rechtsklick gehabt, wäre die so tot gewesen. So, jetzt hab ich auch mal die Ulti. Oh, hier ist ein Zerbrock von unten. Wo war Sepp? Ach so, der Tower ist ja schon down. Oh fuck. Ich komm auch mal. Der Tower ist unter Attack. Stefft euren Tower, Leute. Oh, ich geh... Ich geh... Oh, da kommt die alte. Oh fuck. Wir sind Gideon. Muss links steffen gehen. Oh nein. Zerbrock hier hat mich gerootet. Ich flieg weg. Ich hab kein... Ich hab kein Dings. Ich hab ihn. Ich bin down. Scheiße. Cheered, cheered, cheered. Krieg ich noch einen Punkt zusammen irgendwie? Vielleicht. Wenn gut gejungelt wurde. Rampage enttäuscht mich nicht. Null XP. Null CP meine ich. Alter. Es wächst ein bisschen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ne, hat nicht gereicht. Ja, dann nehmen wir einen Heiltrank und einen Token mit. Dafür haben wir sie ja. Gehen nach rechts wieder. Und farme mich fett. Die Fae scheint cool zu sein, ey. 2-0. Nicht verkehrt. Auf jeden Fall wissen was er mit dem Hero macht. Ja. Weil er hat ja auch direkt von Anfang an Fae gepickt. War ja kein Notpick oder so. Ja. Ja. Ey. Stil. Charged er da durch. Rock hat Black. Ja, ich probier den. Oh. Der Blue ist weg. Aber auch hier im Jungle. Okay, auf der Seite. Wir kommen in die Mitte. In die Mitte. In die Mitte. Komm, 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 komm. Direkt drauf. Kommt dann Stun oder so? Ja, ich hoffe. Ab wen? Ah, okay. Wir haben aber nur einen. Keine Minions. Egal. Einer ist sonst keiner. Während die Minions hier unseren Tower machen. Gehst du links deffen? Ja. Zavarok. Geht nach links. Er hat kein Konterwort. Dein Seid. Lass uns zu Seidroth machen. Jo. Siehst du ihn? Siehst du ihn? Jo. es ist rausgedasht decke es geht auch im jungle hier im jungle machen die in achtung den habe ich abbekommen ich hab keinen spiel mana weiß man heute jetzt noch was machen können um rein da rein da ja ich komme und ich hinterher mann ich mach den Gedeon Ich bin eingefroren Oh, der Wrath hat mich gekillt JETZT zündet ihr die Ulti Hey, das hätte aber schneller kommen können, ich nehme mal ein Rohr Rechter Tower fällt Nimm den Red Buff mit Ah Durch die Aktion haben wir jetzt nur einen Tower verloren, sonst nix Oh Verlert ganz nett Na, muss ich weg Rampage weg 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 Linker Tower wird angegriffen Ja, bin schon auf dem Weg Gegner fehlt auf dem mittleren Pfad Die kommen zu dir rüber, Murdoch auf jeden Fall Der Der? Der ist Meisterfey oder sieht das denn so aus? Ist das denn da, ne? Hab ihm noch nicht zugeguckt Das sieht doch Meisterfey aus Das sieht doch Meisterfey aus Können zwei in der Mitte rum Oh, jeden Moment wieder Ulti ready Ich muss hier noch die Wave an Sie hat Blue Buff Ich wurde gestunnt Die sind fünf Leute in der Mitte und die Minions kommen an den Tower, wie geht das? Ja Der, der pusht rechts wieder, Aurora probiert außen rum zu gehen Ja, das bin ich ja man die gegnerische aber okay reportet und da steht noch ein tower wenn alle oben lang kommen kommen auf die gadget wir müssen die dachten aurora von hinten wie sie sie und das nächste ist dann gleich durch m bergern er macht nicht eine arbeit kann nicht blocken alter was was ist mal drei leute keiner hilft drei leute waren da ja du aber die anderen nicht die anderen dreimal die da rumstehen aber okay ich kaufe mir ein blink ja besser ist er rechter fahrt gehst du oder das deal geht ja das deal moved schon ich gehe dann nach links auch gleich wieder buffs was baut denn unser stil gucken wir mal damage leben damage leben er hat auf jeden fall kein standard deck drin weil er hat 1 so karten was baut denn unsere fey damage blitz zauber geil red buff ist genommen wurden von den gegnern der tower weg der war eh klinisch tot schon ach hier ist murdoch oh fuck hier ist noch einer oh fuck hier kommt noch ein gideon da kommt denn alle bei dir ja man schiss nein die wand fuck wie ne danke ne was nicht gemein fey im jungle schiller vorwärts und knallt einfach mit dem kopf gegen die wand da ey und statt hoch zu sliden was mit murdoch aber er hätte ich noch einen blink gehabt ja gönn dir ich bin noch positiv also alles gut alles klar so lange kein hiv ist ja oder einem arm nicht schwanger ja ich habe noch gar keinen ward fällt mir aber okay ich kaufe als nächstes den ward besser vorwärts meisten leute sehen ja nicht mal mit warts irgendwas ja so wie jetzt gerade egal wir gehen jetzt hier links für den zweiten tower aber für den k1 meine ich das ist dein ernst wer sind das und dann ich brauch den red buff ok ein bisschen mehr mana ok ein bisschen mehr mana was ist das ich war festgefroren alter yo ich habe die nicht gesehen ich habe die echt nicht gesehen yo alter es läuft immer so gut und dann am ende läuft es schief ey die ist doch geroutet und er wird vorbei bei einem gerouteten der auch nice ich glaube die ist gerade entroutet und ist ein ein schritt gegangen und dann ist der stein daneben unlucky boah 5 4 6 ey ich mache mal besser mit 3 0 oder 3 1 oder so leg den scheiß stein weg mach den tower und dann auf Gideon auf Gideon naja golden boy hat tower aggro er kann nix machen er stand einfach nur da er stand nur da konnte nix machen bin wieder weg das ding ist ey wir gehen immer wir gehen nicht alle zusammen rein sondern immer einzeln er ist an mir vorbeigelaufen man portest du back? ja ich porte ich muss porten links Murdoch ist stufe 9 wie viel cp? 30 ich habe 29 ich muss noch ein damage atem kauf nach hinten berdok sehr schön berdok sehr schön berdok sehr schön wo lupe ich mit dem supporter ja man so oben kommt einer aber ich habe ja die Fae noch hier wer sind das? Aurora wow wow so lol ok dann ich muss flashen man wieder back ich bin so bad jetzt rechts 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 die Decke Leute Augen auf uuuuuh du 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 dumm ich bin hier so irgendwie ein bisschen alleine ja ich muss ulten besser ist das ja bevor der tower fällt die ult wächst nach der tower nicht ich habe bock jetzt schon T2 zu verlieren ich bin 30 die die river buffs ich wurde mal den rechten oder ich stelle jetzt hier so auf die Treppe was mit dem Gideon traut er sich oder traut er sich nicht? da oben ist er ja komm mal zu euch ich habe aber auch keine ulti mehr ja ich hole mal river buffs Moment oh fuck oh fuck oh fuck blue habe ich bekommen bin aufm weg bin aufm weg bin aufm weg ich bin down da kommt noch jemand da kommt noch jemand nein und Gideon macht mich ey der Decker Cage hat mich der war scheiße ey da konnte ich nix machen danach die standen alle da drin ey mach den Murdoch mit der Ult ich habe die Ult noch nicht scheiße ich musste ihn für die Minions benutzen FAY muss back FAY muss back RUT ihn bitte Gibt's doch nicht ach fuck my life alter was war das denn ja ich weiß nicht ob ich jetzt einen Lack hatte oder einfach so spät in meinem Hirn gezündet habe mach in der Mitte Minions gleich wenn's sein muss ah stimmt links kann er die FAY gehen wenn sie mal irgendwann weg geht why dive ah da kommt die scheiße wieder links Leute links muss man alles pingen ja ich geh schon ja mach du gut you are staying like a Iceman for more than just ten minutes so what do you guys want to do take these objectives ich nehme mal rechts so ne Wave mit push mal bis zum River oh das wird ne saftige Wave hoffentlich geht da gleich keiner hin hoffentlich geht da gleich keiner hin kann man mit komm in die Mitte ich hoffe mich fängt keiner ab oh Aurora ich hab noch keinen Blink alter ja sie macht mich einfach in den 1&1 weil mein Blink nicht ready war ah fuck ey das ist doch scheiße ist das doch also langsam bin ich ganz gut dabei bis auf der Murdoch der ist einfach super fett schon hm hm wer hat der 5 5 39 Punkte ich hab 36 ich bin 666 ich bin der Teufel alter ah ne magie weg ohhhh dead page really weißen verfickten Steinmann baller ihn weg wir hatten auch kein noch vom Leben steal hat da ist noch die bitch hinter euch ja ist festgefroren Faye sollte vielleicht mal verteidigen gehen Murdoch ist am Tower Faye ist greedy auf den die 2 ist weg kann er nicht helfen man ja habt ihr jetzt zu spät gesehen und wer muss auch in die Mitte kommen defen ich bin in der Mitte defen gut jetzt hab ich Blink wieder dann nimm das ha 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 your Scaline Tower is under attack ja da ist einer bei uns im Jungle ja ich guck mal ist ja unsichtbar vielleicht hm ich glaub nicht hier ist Savorok, Savorok ich bist alleine ja warum bin ich alleine ich Rampage moved ein bisschen langsam ich bin defen Was? Wo ist mein Pfeil? Da kam kein Pfeil raus Soll Keine Ahnung, ich hab rechts gemacht Da kam nix Oh fuck Ich frier ein, Steal, Ult Nein, jetzt hab ich meinen Blink schon raus Oh Mann, ey Bist du tot? Ja, der Scheiß Blink Die sind ja am fighten Nein, ich hab sie nicht erwischt, aber ihn, oder? Ja Der ist tot Da ist noch die Decker, mach die auch noch Murdoch kommt noch Murdoch, Murdoch Ah Lol, haupt's auch einmal oben drüber Fuck Und sie läuft in die Mine, die sieht man doch Leuchtet doch mega Oh lol, oh lol Lass dich da nicht auseinander nehmen Ja, ne Die haben 80 Farmen mehr als wir Aber deren Murdoch Aber deren Murdoch 163, 164, 65 Der ist am Farmen wie ein Blöder, ey Musst ihm das mal gleich tun Hat doch noch 5 Kartenpunkte mehr als du Hat aber ein Kill weniger, aber 2 Deaths weniger Deswegen kann er auch länger farmen Ah, ich probier mal so viel zu farmen, wie jetzt geht Hier haben wir unseren Jungle gemacht Oder wer anders, keine Ahnung Links läuft gut für uns Ich glaube, das sieht keiner Ja Außer die Aura-Warte, die da ist Hey, da hab ich doch grad gejungelt, alter Lass uns mal Raptoren machen Ja, klingt gut Oh, die Fighten in der Mitte, komm, move'n, move'n, move'n Yo, yo, yo Ich hab keine Hulti, perfekte Scheiße, Mann In Gideon, in Gideon Ich kann nix, ich kann nix Dass du nix kannst, alter Könnt ihr da noch was starten? Ah, ja Aurora hier, bei mir Wurde gestunnt Und die ist doch da oben, alter Ich hab keinen Live-Silo oder so ne Scheiße Ich geh mal rechts Steffen, Dekka kommt noch Ich geh rechts Steffen Ich bin nämlich, äh, mein Herz pumpt schon, wie man hört Dann pusht einfach mal die Mitte oder irgend so was Ja Alter, kommt hier ne Wave Kartenpunkte, hm Jo, konnte verteidigen, eine Wave nehm' ich jetzt noch mit Black-Buff, Red-Buff Ich kann den nicht contesten, ich bin fast tot Da ist jetzt ein Ward aufgebloppt Dann gönn dir, Brudey Ja, Red habe ich jetzt Also wenn ich jetzt da mal mit meiner Ulti hinein knallen darf Ich glaub mein nächstes Item wird 100 Crit Bonus sein Hier ist Gideon Ja, go, 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 go Geh Mach, mach, mach Dann wurde ihn tot Er blinkt raus Kannst du noch hinterher, wenn du möchtest, ich bin hinter dir Okay Okay, ich geh unten lang Hm, aber da sind Jo, hier ist er nämlich Hm Okay Da ist Decker schon Vom fucking Meteor ab Ja, dann raus, raus, raus Was sagst du mir jetzt? Was sagst du mir jetzt? Stil kommt noch, Stil kommt noch Bündel Ist der, ist der Ficker schon mal weg So, jetzt move'n alle, schön Alle hierhin kommen Hier kommt noch ein Stand Wo seid ihr Bitches? Hm, neben dir Zabarock ist da Oh, yo Nein Was der Catch ist das? Unserer nicht Woah Nein, ich bin tot Fuck my life Ich, eh, nicht Fuck, fuck, fuck Wir haben gar keine Decker Nee, nee Nicht um dann in den Catch zu jumpen Hat der Stil noch was, oder was? So, haben wir auch ein T2 Herr Arm, Murdoch macht jetzt auch ein T2 Murdoch ist doch da mit Rampage dran LoL Oh, oh, die Alte kommt Sieht mich nicht Ähm Langsam Langsam mal die Einsack-Karten verticken So, Crit hab ich jetzt voll Fast 9-7 Da ist eine Aurora Macht sie, macht sie, macht sie, guck mal Ey, ihr seid, die ist genau zwischen euch dreien Sag nicht, die kann da escapen Steal Ulti Schönes Ding Da kommt sie jetzt nicht mehr weg, oder? Hat sie noch ein Blinker Hat sie noch ein Blinker Wahrscheinlich mit einem Stein, oder? Weiß ich nicht Da ist letzte Ulti-Stufe Jetzt kann geböllert werden So, ich mach mein letztes Crit-Item noch voll Das Deck hier ist ein bisschen komisch Am Anfang baut man jede Menge Attack-Speed und Damage Also eigentlich nur Attack-Speed und Damage Und am Ende tauscht man quasi Attack-Speed und Damage gegen Crit um Oh Leute, fightet ihr da wieder? Für links Oh ne, hier ist schon Murdoch Den kann ich nicht fighten alleine, glaub ich Also die Aurora kann mich alleine fighten Ja klar, das glaub ich auch Aber der Murdoch von denen ist einfach ziemlich strong Ich hoffe, wenn der mich zweimal critet, bin ich weg vom Fenster Wie viel hat der denn? 51 ausgegeben Kommen wir zu euch, Ziel wird attackiert Augen auf Leute Warum macht ihr nichts? Warum lasst ihr ihn angreifen? Ja, weil links noch zwei Leute waren Wo Oh, ich bin im Cage Die dir nullt Ich hab ihn zumindest noch vereist Jo Dann haben wir auch noch OP, OP Jo Go Den Water weg Go Hier Die Tussi kommt Weiter drauf, weiter drauf Wir haben ihn Haben wir So, Mitte, Mitte, Mitte Oder rechts, Klass, rechts Jo Rechts haben wir nur ne Nip Und das ist die Wave gepusht Die macht links Ich bin auch full build Alter, nur Crits Bitte, bitte, bitte Mega, ey Warum läuft Decker da hinten hin? Da ist kein Mensch So, der Nip ist down Weiter zum Kern Mach mal deine Wand hier Achso, ist es nicht Das ist das nicht meine Wo sind die Minions? Fuck Fuck, ich bin down Alter Alter, Bombo-Kombo Wieso sind die nicht vereist? Wer denn? Weiß ich nicht Die Gegner Oh, die hat's Ja, die hat den Claims dabei Nice 76% Crit-Chance Ist das richtig, Alter? Ja, schon Boah, jeder hat da so ein eigenes Gefühl für womit er spielen möchte Boah, jeder hat da so ein eigenes Boah, ich hab das Deck einfach auf Agora irgendwie Sparrow und dann Ja, ja Ich find das gut Ich find das gut Du willst ja auch möglichst viel Value aus deinem Bonus Crit ziehen Ja Eieieieieie Wir haben noch eine Faye Wir haben noch eine Faye Und wir haben noch OP Und Steal Die müssen 30 Sekunden noch aushalten Das schaffen die schon Rechts pusht Murdoch Oh Ja Doch Das müsste vielleicht passen Geh nicht zu weit nach vorne Honey Drop die Bomb Drop die Bomb Schön So Jetzt Auto-Hits Vielleicht muss einer rechts steffen Bitte Das ist die letzte Wave für Murdoch Winneb ist wichtiger als T1 Äh T2 Bin jetzt auch wieder da Den Murdoch rasiere ich Der ist noch nicht Full Build Gerade jetzt nach dem Nerf Gucken wir mal Wer hier Wer hier die Äh Locken am Frosch hat Aul Ich brauch einen Hit für den Indien Du musst ja die ganze Zeit am rumkloppen Da sind zwei am Blue Die sind nur zu zweit Die sind nur zu zweit Also eher Wave Ist auch noch mit Ich geh mal mit Steal mit Der kann mir den Arsch retten Oder Faye Wollten sie zumindest Wenn sie gewinnen wollen Links Ach Level 15 war ich aber noch nicht 600 Duck Crits Alter Geht schon gut ab Ich hab auf meinem Mit meinem Deck 700 Duck Crits Wir müssen sie jetzt angreifen Jo Rechts ist gepusht Wir müssen rechts steffen Wir haben keine Faye hier Okay Die Ulti war vielleicht ein bisschen Hat er geultet Ja ähm Da ist der Cage wieder Ähm Ich bin da Ich bin da Druck hat mich gemacht Heißt da War nicht genug Da kam jetzt fast nichts Alles zu spät Eieiei Das war's Baba auf down Faye ist da Faye ist da Oh nice Schauen die eh oder so Die Minions machen nicht Jetzt Chase nicht Alter, lol sie lebt noch Ich muss aber auch irgendwie weg Und sie wirft den Der schießt daneben, das ist nicht ihr Ernst Verteidigt die Mitte, Leute Oh Lanza, Alter Ja, war die einzigste Chance in der Mitte Guck mal, sie Chase noch Anstatt dass sie Deffen geht Aber sie hat sie bekommen Ja, aber das war doch nur Decker Aber Saba hat überlebt Okay, der Tower ist weg Und anstatt dass sie den Blackbuff noch mitnimmt Nein, warum aufgeben? Das Leben noch zwei Und ich bin vielleicht wieder ab Alter Eine Minute Saba, was machst du denn da? Er lässt dich einfach töten Er steht einfach da Aber was ist mit dem? Alter Warte, sag nicht Er hat jetzt ein Disconnect Was denn mit dem Murdoch? Der darf den Inhab nicht kriegen Und der macht ihn, ey Ja, Faye sollte da auf jeden Fall weg, Mann Nein, 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 Faye Oh mein Gott Das muss echt nicht sein Saba Rock hier Ja Ulti, ulti, ulti vielleicht Habe ich Alter Wie rastet der denn aus? Ja, Gott sei Dank Halt dich hoch und geh dich hein Halt dich hoch und geh dich hein Ja, ja Ziel hat der neben geultet Komm, nice Anschluss noch Sehr schön Alter, was war denn mit Saba los, Junge? Weiß es nicht Musst wir den Black holen Oh, ihr bekommt Besuch Hat die noch Ulti? Weiß ich nicht Ja, so wie die Chase auf jeden Fall Jo, ich werd platzen Er muss sie machen Nein Das ist nicht dein Ernst, Alter Ich bin schon wieder tot, ey Das ist scheiße, wenn ich die ganze Zeit sterbe Hat die einen Blue oder was? Ne, 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 der ist doch noch da Okay Ja, mit dem Blue hätte Oh, lol Der Chase Warum geht der da rein? Als Deal Geht mal weg, Alter Geht alle mal weg OP worden Die haben jetzt noch 30 Sekunden Bis ich, ähm Also die Alle da sind Außer ich Wie macht man denn? Benachrichtigen Totems HK Mann abgestellt So, die sind alle back Wir müssen jetzt mal ein Teamfight Mit allen Mann machen Hat der, hat der Dings keinen Donnerspalter dabei? Er hat keinen Donnerspalter Severog macht den OP Wow, okay Er ist aber noch nicht da Der ist noch nicht da Ja, aber Alles gut Wir müssen da hin Oh, da wird schon wieder gefightet Alter, geh zurück Fuck, ich bin auf dem Weg Ich kann nicht laufen Ich bin langsam Jetzt bin ich schneller Ah, fuck, okay Der Knockback war sogar ganz gut für mich Hat der Ulti gezündet, oder was? Oh, scheiße Was ist denn? Mein Life Boah Ja, wer? Wer hat denn das gemacht? Murdoch allein, oder was? Keine Ahnung Nimm Minions mit hier Und rechts müssen wir deffen Ja, ich geh schon deffen Alter, Murdoch rasiert mich Verspreide anscheinend Ich hab geportet Boah, der Murdoch Ja, und jetzt geht der Jetzt wird Rampage auch sterben Dekka Komm, lauf da hin Hey, freezen Ulti, Ulti, Ulti Ja, muss ich Rechts muss gedefft werden Gideon kommt Defft rechts einfach Wir müssen den OP jetzt aussitzen Den hat jetzt nur noch Gideon Und Decker Aber Decker ist ja egal Alter, ich hab gedacht Wir spielen so eine 20 Minuten Runde noch Und jetzt sind wir hier schon wieder eine Dreiviertelstunde dran Morgens um vier, ey Bei denen fehlt nur Murdoch Boah, der hat mich rasiert, gell Ich wollte rausblinken Mich umdrehen und killen Aber ging nicht Ich glaub, ich werd mir auch mehr Leist viel reinmachen Ich werd drei Zweierkarten reinmachen Oder so Was hab ich denn Das ist hier in dem Altarschwert drin Bin wieder da 16,11, ey Ich werd am meisten gestorben im ganzen Game Hab die meisten Kills Aber jetzt im Late Game zu sterben Ist halt immer scheiße Auf jeden Fall Ab jetzt sollten wir echt nicht mehr sterben Steeported back Die Dien ist da unten Oh, ich komm jetzt auch zu euch Da kommen welche Ja, ich hab ein Root Super Stein Hey Oh, fuck Von hinten irgendwie Ich muss mich hochheilen an den Minions Severok läuft da hinten rum Da sind jede Menge Leute hier Ja Leute, wo seid ihr? Oh, Golden Se... Oh, er ist noch hier unten am fighten Kleine oder was? Ja Murdoch ist da hinten Den müssen wir rausnehmen Ja Lass mal irgendwie umlaufen Oder links wird gepusht Sollten jetzt nicht fighten Am liebsten auf der Lane fighten Mit deren Minions Dass ich da möglichst viel Damage aus der Ruhe ziehe Ja, geht mal, geht mal zurück Geht mal alle zurück Geht mal nach links, Deffen Ja, ich geh da hin Geht auch kein Junge Boah, jetzt sind sie da wieder am fighten oder was? Ne Was passiert da nicht? Viel Unsichtbarkeits-Buffs Einer ist weg Wir haben Slowpush jetzt links Wir sollten jetzt fighten Komm, alle Mitte, alle Mitte Geht den... Äh, unser Ziel ist unsichtbar Ja Pass auf den Zeverok auf Ich bin alter Oh nein, oh nein, oh nein Bastard, komm her Macht was Macht was, macht was, macht was Weiter, 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 weiter Wir haben Minions Aber keine Ulti mehr Ja, wir haben Minions Bin wieder full live Nice Aber muss einer Ah, Steel ist backgegangen Zum Deffen Ja Habt ihr das alleine? Ich glaub, ich schaff das nicht alleine Doch, 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 doch Der Steel macht gut Damage Hey, der kriegt keinen Schaden, alter Wir haben nur einen Minion Letzter Minion, letzter Minion Bin geroutet Der fuck So nicht, mein Freund Wie denn, kommt hinten? In and down Oh, da kam noch ein Stein Ich wechsle auf die linke Wave Mach die, mach die Finish Bin fast tot Ja, ne, der Rampage Der Golden Ball läuft einfach hinein, Mann Was geht denn ab? Why? Oh mein Gott Wir können das nicht finishen, Mann Komm weg, du musst weg, du musst weg Murdoch, Achtung Vielleicht fällt der dritte Inip noch Sieht auf jeden Fall gut aus Ne, die gehen Deffen, schade Dann müssen wir ja den Die Hauptkugel wurden Und dann da direkt hingehen Ja, ich bin unsichtbar geworden Der hat gewordet schon Okay, gut Dann kann ich mich kurz hochheilen gehen Ja, wir müssen trotzdem da hin Ja Ist der denn schon ab? Ich glaub schon, ja Wir hatten den zuletzt, oder? Ähm, die hat ein Ding gemacht Mit dem Murdoch Achso Oh nein, stimmt Denn, keine Ahnung Hab nicht auf den Timer geachtet Linken Pfad, ja Geh du mal links, oder so Du bist ziemlich weit vorne alleine Wenn das Ziel geht, Steffen Ich komm zu dir Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt alleine Wenn anderen beiden tot sind Ähm Die Dinn ist schon da Gewordet Die Dinn ist am geworden Murdoch moved da auch schon hin Oh, hier ist ne Decker Getroffen A Riverbuff Ja, Blackbuff Äh, Swag, Murdoch hat ihn Oh, fuck Oh, jo Dann weg hier Ich hab mir halt keine Vision Was ist mit dem Murdoch? Da ist noch ein Gideon Die sind alle hier Versuchen zu trappen Sind wieder beim Orb Alter, Gideon Wo ist er? Oh, von Von da hinten Von der Ne, warte mal Da kommt Saberock Wir sind alle gesplittet, Alter Wir brauchen den Stil Wir müssen rechts Irgendwas machen Geh mal rechts die Wave rauspushen Okay Nicht rein, nicht rein, nicht rein Oh no, oh no Wieso, why? Ja, Murdoch, gib mir direkt ne Ult Yo, Stil ist super out of position Alter Komme Nein Cage Musste flashen Wir gehen zu Saber Probier außenrum zu kommen Murdoch hat keine Ult mehr Guck mal, links haben wir ne riesen Wave Lass mal Mitte pushen, jetzt komm Nimm die Mitte mit Lol, jetzt, das, jetzt müssen wir weg Er hat ihn einfach alleine gemacht Ja, was machen wir jetzt Links haben sie defended Red Buff ist weg Ich geh erstmal self lane die Wave anstoßen Geht das super offensiv irgendwie schon über dem River Ja Wir sollen mal ein bisschen weggehen Der Murdoch quieselt halt jetzt alles weg mit zwei Schüssen Ja Also er macht Wird 700 da Crits drücken Das Golden Boy Ah, ist auch Full Build Sind wir alle Full Build? Ja Was macht Faye da? Nicht viel Rally und Stil Die können halt jetzt nicht viel machen, ey Wir müssen alle mal zurückgehen Weil die haben zwei Inips da Und die müssen immer zwei Waves mitnehmen Gut, einen haben wir auch da Und der rechte zählt nicht Aber wir müssen halt trotzdem immer die großen Waves mitnehmen Beziehungsweise töten Hyred Noah, den kenn ich doch irgendwo hier Yo Da kommt was von hinten Der ultet rein Ich zieh den da oben Ich bin eingefroren, bin tot Alter Oh, fuck ey Wo war deine Ult? Ich hab geultet War da nichts vereist oder was? Ich hab nichts gesehen, dass irgendeiner vereist wurde Oh nein, die ist von low Nicht da eins Ah, es geht back Geht back Geht back Oh, da kommt der Stun Der Murdoch ist down Bei uns sind zwei Tots Steel und noch rüber Aber die müssen rechts die Wave machen Die müssen backporten Die müssen backporten Also der Orb müsste dann fast gelaufen sein Severok ist back Das heißt, wir haben zwei gegen zwei jetzt in der Mitte Und du musst links gehen Ja, ich bin schon auf dem Weg Halt der Unterschied Wenn du einen Zapot da hast Der halt die Vereisungen sofort entfernen kann Oder nicht Ja Irgendwie die Gideon war ganz oben Hat mich dann irgendwie in den Cage gezogen Und dann war ich schon vereist Ich konnte nicht mehr mehr raus blinken Ich konnte den gar nicht benutzen Oh, was ne Wave Hast du keinen Donnerspalter? Nein Lol Ich bin auch nicht in meinem Deck Detailbehindert Ja, dann geh jetzt weg Lauf einfach weg Jo Mach oben die Minions weiter Rampage hat Probleme gegen die Quiseltante Ich hab Und ich hab die Nee, doch nicht Okay Und mega lag Du musst dir unbedingt einen Donnerspalter einbauen Ja Das ist wichtig Kannst du nur Einser-Kinetik reinmachen Das reicht schon Nur Einser-Kinetik Mehr nicht Rechts wird auch gepusht Was bringt der denn da rum? Pusch rechts gegen Da ist die Decker nur Ruba-Ruba Ah, sie riecht den Braten Da fliegen die Minions in die Luft Mitte? Ja, Mitte Hedge den, komm Nein Links ist Murdock Den sollten wir vielleicht als erstes mal wegsnacken Ja, wenn der schon mal raus ist Aber die Aurora ist eigentlich der Key Ja, der hat auch noch Green Buff Ja, da ist die Aurora wieder Yo, ich bin weg Ey, Alter Instant tot Ich hab den Wusste nicht, dass da ein Severok ist Alter, was ne Bombo-Kombo What the fuck, ey Was ist denn hier passiert? Ja, die Fae-Ult Mach den Murdock Mördock Und dauernd Das war's Oder? Jo Jo Fae-Ult jetzt auch Fuck Wird kein Escape, linke Lane wird gepusht Und denen ist nur einer gestorben Jetzt kommt die Ult wahrscheinlich Das war's Alter, war ne geile Kombo, aber Wie, das war ja wie immer Steel auch, down Ja, die laufen jetzt durch Scheiße, man Aber das Gefühl, ich hab gar keinen Schaden einfach gemacht Ja, hab ich auch das Gefühl Irgendwie deren Ult hat uns jedes Mal gefickt Aber deine Ult war irgendwie Gar nicht da Ja 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 Die sind alle von irgendwo drauf Ah, die probiert die Minions wegzuziehen Ja Also ich glaub an deinem Deck musst du nochmal bauen Ja, das auf jeden Fall, das weiß ich Zu hohe Crit Chance auf jeden Fall Also ich find das, was du baust, find ich auch Müll Blitzschuss ist natürlich geil Aber Crit Chance und der ganze Müll, alles raus Alles raus Ne, 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 das ist schon sehr geil Wenn du halt dazu kommst, die Auto-Attacks durchzuballern Ja, aber das ist nicht der Sinn von dir Weißt du Das macht aber mehr Damage, als nur auf Macht zu bauen Das Scaling ist halt für den Arsch an sich Ja, nein, aber du bist kein Auto-Attacker Du bist ein Initiator Du musst reinblinken Deine Ult und dein Eisring, die müssen alles schon mal killen Und den Rest kannst du dann noch mit Auto-Attacks machen Du machst ja nicht weniger Schaden, wenn du Also du machst vielleicht mit den Auto-Attacks weniger Schaden Aber alles, was du auf Crit und Kinetik baust Macht deine Ult scheiße Das ist... Ja, schon klar Ich hab auch Full Damage und Fähigkeits-Pen gebaut Und das funktioniert schlechter, find ich, als Auto-Attack-Bild Nur ist halt, wenn der Gegner einfach einen Supporter hat Der alle Effekte einfach sofort negiert Dann jump ich hinein, ulte und den Gegner juckt das nicht Und ich hätte normalerweise auch zwei bis vier Schläge Ist halt auch so ein Tank schon locker unter Half-Life, ne? Und das funktioniert schon gut Hast du ja im letzten Game gesehen Ich würde die auf jeden Fall nicht so spielen Ich würde die voll Damage spielen und Rüstung auch Und dann gucken, dass man die Ulti gut gesetzt bekommt Den Ring immer schön Weil du routest halt dann voll viele Leute damit Und das wäre halt das Und dass ich dann den Rest probiere Weil wenn du ja Macht-Skills, dann machen deine Auto-Attacks ja trotzdem Schaden Und dann auf jeden Fall einen Donnerspalter mit dabei Damit du Wave-Clear hast Weil nur der Ring ist halt schlecht Da laufen die einmal rein, aber davon sterben die nicht Aber wenn du einen Donnerspalter dabei hast Ja, ich habe den Donnerspalter immer noch nicht Ja, wie? Mir fehlen halt noch fünf, elf Karten insgesamt Okay Dann crafte den doch einfach Ich habe schon Ja, ich habe auch dafür jetzt nicht mehr genug Ich habe eine Karte nach der anderen gecraftet Und jetzt fehlt mir bei Universal und bei Wut noch keine zum Herstellen Scheiße, teuer, Mann Ja Universal finde ich sowieso sehr teuer So, Last Game für heute, oder wie? Ja, halb alter, halb f*** Gut, Pamarillos, also die Runde hat nicht sollen sein Was will man machen? Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Und bis dahin, stay Pam, tschüss! Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch Tritt, ich schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore Kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...